so meine lieben einen wundervollen guten morgen wir hatten gestern am 28 schon ja das prägnante zeichen im rat des schicksals in der 10 und heute am 29 haben wir die 11 das heißt der magier zeigt sich in der 1 und natürlich auch die gerechtigkeit in der 11 9 plus 2 ist 11 und das rat des schicksals nimmt jetzt in seinem kreislauf eine ganz große wende die seelenverbindungen in der im 1 sein werden eingezeigt als es ist ganz prägnant diese elf zahl 11 11 11 11 ich sehe nur noch einzel das heißt meisterschaft pur gerechtigkeit pur wir dürfen unser zepter in die hand nehmen wie hier der magier und das zaubern anfangen das heißt unser leben verzaubern unsere kraft wahrnehmen unsere magierkraft er beherrscht alle elemente wasser luft sonne erde ja im tarot ist es die münze also wie ein stern abgebildet oder beziehungsweise das schwert der klare verstand der stab die feuerkraft in aktion treten und der kelch die emotionen rauslassen und jetzt betone ich das noch mal wie jetzt schon in den vergangenen tagen auch auf facebook instagram telegram signal oder in meiner whatsapp gruppe dementsprechend auch noch mal bemerkt oder wirklich prägnant bemerkt wie soll ich sagen wir haben jetzt durchbruch energie also wirklich wir gehen jetzt in den am ersten bis zum zehnten im september in september die vollendung ja die neuen der eremit der sein inneres licht gefunden hat und nach außen erstrahlt in dieser magierkraft den rechten platz einnehmen die gerechtigkeit eins eins die meisterschaft jetzt nehme ich meinen platz ein ich folge dem rat des schicksal wir haben die portal tage vom ersten bis zum zehnten also durchgehend am zehnten neunten haben wir den vollmond fisch emotion pur durchbruch der emotionen also man folgt nimmer alten pfaden oder was einen so eingedrichtert wird oder was man denkt sein dass es so sein muss nein man folgt seiner seele seinem seelenruf seinem seelenruf fahrt und das heißt jetzt gerade in der 9 9 am 9 9 noch mal diese durchbruch energie in den vollmond fisch hinein ja wir bilden neue strukturen wir räumen auf in uns im außen in unserem umfeld wir nehmen unseren rechten platz rechten platz ein im alleins sein im alleins sein des universums wir sind alle eins wir verbinden uns in den seelenverbindungen in den seelengemeinschaften wir bilden eben neue netzwerke verbinden uns eins 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 die einzelkraft des magiers ist mit uns wir fangen buchstäblich das zaubern an und so darf ich das mitteilen wir nehmen unseren rechten platz ein und das ganz bewusst wir kommen in in unsere balance wir werden unseren ground unsere wurzeln noch mal neu stark im rat des schicksals verwurzeln und das möchte ich allen an die hand geben hier auf youtube auf whatsapp gruppe auf whatsapp gruppe instagram signal telegram gruppe und wie gesagt gerne beratungen bei mir wahrnehmen ich habe noch eine woche urlaub ich bin ich stehe zur verfügung und jetzt geht's los namaste und eine wirklich feine zeit klär